Willkommen meine Damen und Herren zu dem heutigen Unboxing Plus Einbau Video der neuen Capture Card Avermedia Live Gamer HD 2. Dieses Teil habe ich von euch geschenkt bekommen bzw. ihr habt dafür gespendet. Darum ein riesengroßes Dankeschön an alle, die mir das Teil gekauft haben. Allein die Verpackung sieht schon ziemlich edel aus mit diesen blauen Elementen, die da raus stimmeln in der Mitte und auch an der Seite kann man die Verpackung schon sehen. Ich robb die ganze Schose auf. Ja, ich habe hier nachkommentiert. Ich habe das geschwind mit der Kamera aufgenommen, weil die Mikrofonqualität einfach so tausendmal besser ist, als wenn ich mir so ein Ansteckmikrofon dran mache. Da sieht man die Kamera spiegeln und auch mich. Da ist das Blaue, von dem ich gesprochen habe, da habe ich wie ein Äffchen gewunken. Hervorragend. Also, vergesst bitte den Livestream heute nicht, gell? Heute ist ja Donnerstag, 18 Uhr Livestream, circa drei Stunden lang, so wie halt immer. Ich weiß nicht, ob wir heute mit der Avermedia direkt irgendwas streamen werden, also von der Konsole, aber getestet haben wir sie schon. Ich habe gestern einen Switch Livestream gemacht, da haben wir ein bisschen Pokémon gespielt. Hier, guck mal, ist das nicht edel? Ist das nicht cool gemacht? Also ich finde es schick. An sich muss da ja nicht großartig was drauf sein. Man kann einfach die Verpackung schwarz-weiß oder so gestalten und der Name steht drauf, fertig ist der Lack, aber so hat es halt auch was. Ja, Livestream habe ich jetzt angekündigt. Ihr wisst, die Livestream-Zeiten ja jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Süddele. Da hole ich das Teil gerade raus, dann sind da nochmal, ah, jetzt sehe ich das erst, da sind ja nochmal Kabel dabei gewesen. Schüssel. Da war die Katze natürlich wieder mit dabei. Logisch. Ich war eben im Mediamarkt, habe mir einen HDMI-Splitter geholt und habe mir dann nochmal, weil ich, wenn ich sicher war, habe ich genug HDMI-Kabel, habe noch ein HDMI-Kabel dazugeholt für, keine Ahnung, 4 Euro oder 5. Und da ist ja eins dabei, das sehe ich jetzt gerade hier beim Einsprechen. Super. Gute Vorbereitung bis hier. Da sind noch so Blättchen dabei, die halt erklären, wie der Hase läuft. Ist jetzt nicht allzu wichtig, denke ich. Die Katze schnuppert rum, sie ist am Ausrasten und will halt alles haben, was ich habe. Und natürlich riecht sie auch in den Karton rein. Vielleicht ist er ja groß genug für sie, aber er ist nicht groß genug. Und sie will auch beim Auspacken helfen. So, da ist die Karte rausgefummelt, rausgefriemelt. Ziemlich kleines Teil und wie sich später dann auch rausstellt, beleuchtet. Die Karte hat selbst auch dieses Design, wie man sieht, mit diesen Dreiecken, die ausgeschnitten sind oder ausgestanzt sind. Ich habe ihr dann da nochmal hingelegt, dass die Katze dran schnuppern kann. Hier kommt dann der Schnitt zu meinem BC. Da links sieht man schon die zwei Penübel, wo ich es reinstecken werde. Das ist eine PCI-Karte, das heißt, ihr könnt die einfach in die PCI-Slots reinstecken. Ich habe die da schon mal so hingehalten, habe dann aber festgestellt, dass es etwas dunkel ist. Darum habe ich dann gleich Licht angemacht, glaube ich, oder nicht? Ah ja, hier. Wie gesagt, da links sieht man es ja schon. PCI-X1-4 oder so, da stecke ich die Karte dann rein. Und zwar genau so. Dafür habe ich dann hinten links noch die Abdeckung abgemacht. Ich glaube, ich habe vorsichtshalber beide abgemacht, weil ich mir nicht sicher war, genau. Aber es ist dann die untere, glaube ich, geworden. Da bumme ich sie rein, die Karte. Zack. Dann müsst ihr euch halt kurz trauen und mal reindrücken ein bisschen. Ja, und dann habe ich das Ding verschraubt. Ich weiß nicht, ob ich auch da hingefilmt habe, wo ich dann letztendlich... Also, das ist ja... Ich denke, das ist für alle klar, wie das geht, ne? Mit den Schräubchen, die da an der Seite sind. Da hat dann nochmal die Katze geholfen, ja? Also, sie wollte in den PC reinkrabbeln, da habe ich sie rausgezogen. Da, da links, da sieht man die Schraube. Da habe ich nochmal hingefummelt, ne? Da ist das Schräubchen, da kommt es rein. Aber ich habe es sogar extra nochmal für euch rausgedreht. Wahnsinn, oder? Dann so ein bisschen anheben, die Sache. Vor allem auch hinten gucken, dass es mit den Anschlüssen passt, ne? Dass es nicht von irgendwas verdeckt wird. Und dann einfach zu bummern. So, und da steckt das Ding drin. Dann habe ich hier oben noch die andere Abdeckung reingemacht. Und fertig ist der Lack. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dann wegen der Lüftung vielleicht noch unten halt nochmal Lüfter reinmachen sollte, weil die Karte ja auch warm wird und dann wiederum hochzieht. Also, diese warme Luft hochzieht in die Grafikkarte oder zur Grafikkarte hin. Ob es da nicht sinnvoller ist, wenn ich da irgendwie noch was... Aber ich habe ja schon sehr viele Lüfter. Ich habe vorne zwei, ich habe hinten ein, ich habe oben zwei. Ich habe da einen ordentlichen Druck drin. Die ganze heiße Luft wird rausgepumpt. So, hier habe ich dann einfach nochmal das Licht euch zeigen wollen. Achtet gar nicht auf den Staub auf meinem Netzteil. Der ist nicht wirklich da. Also, sie leuchtet blau, sieht recht schick aus, wird aber hart überleuchtet von der Grafikkarte. Ja, und am Schluss sieht die ganze Schoße dann so aus. Ich habe links OBS aufgemacht. Links sieht man meinen Computerbildschirm, beziehungsweise den Bildschirm, auf dem man eben meinen Computergramm sehen kann. Und rechts ist dann eben die Switch. Oder halt die Konsole, die man anschließt. Also, ich habe jetzt die Xbox nicht rübertragen wollen. Die Switch ist schön klein und kompakt. Also, diese Station, das war dann irgendwie gemütlich. Und dafür habe ich mir jetzt noch einen Splitt geholt. Da kommt einmal das Kabel aus meiner Grafikkarte rein, in den Splitter. Und einmal das Kabel aus dem Out, aus dem Ausgang der Ava Media. Die gehen beide in den Splitter und werden zusammengeführt in einem Kabel, das an meinen zweitbildschirm geht. Und diesen Splitter kann ich zum Beispiel einfach auf 1 schalten, über einen ganz normalen Schalter. 1 ist mein Computerbildschirm. Dann habe ich zwei Bildschirme für den Computer. Und wenn ich auf 2 schalte, wird automatisch das Signal der Ava Media genommen, also das Spiel. Oder was man halt soll es anschließt, seinen Receiver, um dann Fernsehen zu gucken oder sowas. Mein Computer steht ein bisschen unzugänglich und da ist es sehr blöd, wenn ich jedes Mal umstecken müsste. Und so mit so einem HDMI-Splitter ist das, denke ich, ganz gut gelöst. Den habe ich einfach auf dem Tisch liegen und kann dann direkt umschalten. So weit, so gut. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns gleich im Livestream sehen. Ihr wisst schon, zusammen spielen und sowas. Das ist halt im Old Scouty. Ein großes Dankeschön nochmal an alle die, die für diese Capture Card gespendet haben. Ihr seid halt einfach krank. Positiv gesehen krank. Dankeschön. Livestream. Shazam.